Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal und zwar Minecraft Venice Part 2 nach dem ersten mehr oder weniger Origin. Mein Haus ist währenddessen schon fertig gebaut worden. So ein Erdgeschoss mit einem Stockhaus aus Akazienholz und Steinplatten. Sehen wir so, weil hier wohnt baut Passivay alias Drake. Die Kiste hier, die ist mit Briefkasten. Die war irgendwie da, ich habe sie nicht platziert, wer auch immer das war. Hier werde ich dann wahrscheinlich mein Arbeitszimmer haben, beziehungsweise Schlafzimmer. Und ich habe ja noch einen Keller. Und ja, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Jetzt kommen wir mehr oder weniger kleiner Story Partys. Viel Spaß. Ich brauche irgendeine Möglichkeit, meine Schulden zu begleichen. Vielleicht der König, der gewählt wurde. Ich habe jetzt nichts gewählt, weil ich wollte neutral bleiben. Der, wie heißt er nochmal? Babybeer. Babybeer. Aber naja, mein Keller ist auch fast fertig. Wenn der komplette Raum mit Netherrack zugekleist ist, dann kann ich mit den höchsten Raten des Wutekönigreichs reden. Vater, Mutter und Sohn. Die Kirche steht da auch schon. Wahrscheinlich ist das katholisch, wenn mich meine Eltern eigentlich gezwungen hätten. Die wollten einfach über ein Haus einbrechen. Was soll das? Was wollten sie bei meinem Haus? Ich wollte nur schauen, was sie so machen. Sie sind doch Hässe oder so. Ja, stimmt. Was wollten sie bei mir? Ich wollte schauen, was sie so treiben, da mir ihr Job etwas unheimlich vorkommt. Das brauchen sie nicht. Wenn sie etwas sehen wollen, sprechen wir über Privat darüber. Hm. Alles ist genauso wie es ist.